steuerung kreis mal neuer einheitlich willkommen zu einem weiteren video und lasst gerne wieder ein leichter abonniere den kanal aktiviert die glocke schreibt den kommentar und abonniert mich auf instagram da heiße ich dann komme hier neue bürger die goldmann lang ist da sechstes season das ist die 6 ist klar ja heute ist ganz klar ich kaufe mir davon jetzt erst mal alle und dann geht es um das große abgeräten das kann ich euch jetzt schon mal versprechen ich kann das nicht ich hab zwei brolle 17 ok wen gewählen wir ab dass nichts bringt ms ms kann man abreden wo würde 480 wird schon der kette ich will ja kein gadget zu ziehen 290 bringt auch kein geld nah ne eh noch nicht ich darf auch nicht zu viel können was ist egal den juckt uns nicht und dann noch colette ich krieg mal 480 schon die geld ist oder noch höher power level 67 kriegt man ja dann kann ich nicht mehr jackie noch mal und dann war es das ja ja wie soll ich machen mit dem gefickten steuerung steuern ist gebackt ich hab meine erste belohnung fast abgeholt ich hab fast meine erste belohnung direkt mal nach quästen schauen ich werde dieses mal nix öffnen könnt ihr euch jetzt schon mal drauf verlassen ich werde nix öffnen besiege 24 spiele fünf matches mit einem teampartner digga bist du nicht mein teampartner leute wartet mal kurz ich lade mal kurz ein ich muss ganz meine steuerung abmachen weg machen ich hab die erste sind genau vertauft hast du beigetreten nein ich kann ja nicht ich bin auch raus ich bin nicht mehr online digga warum hast du deine steuerung überhaupt geändert außerdem dann ändere sie wieder dann muss ich kurz abprobieren guck doch mal wie ich laufe guck ist doch alles ganz normal ich ziele so ja dann ändert das doch steuerung bearbeiten nicht den drückler verlassen oh ich bin so dumm jetzt macht verdammt deine zeit steuerung bearbeiten verdammt ja und jetzt speichern und los ich lade dich an digga du bist mein schlechtester freund der online oh lukas ich hab lukas als freund na klar du bist einfach an dann spiel ich eine runde durch showdown jetzt bin ich noch schlechter weil ich backe dann setz dich woanders hin ich bin immer auf dem zock sessel digga ich bin das totale werfer team und hast du schon Trophäen gemacht? und dieser spieler ist offline steht hier nein nein 92 Prozent was? digga dieser Coltskin Mann da hat sich jemand den Coltskin gegönnt das heißt er hat den Pass ach ach das ist ja eine Überraschung zwei um einen? das war krass ja ich hab hier keinen Fehler ich hau ab dann geh doch nach unten kannst du auch nach unten spielen da ist das B-Lan 30 mal was setz dich nach unten mach das aus kurz mach aus du verständest deine Zeit und geh nach unten geh doch nach unten da ist das B-Lan perfekt wir können das trotzdem online spielen ich will aber hier spielen ist doch egal man jetzt geht's wieder E Alter ich hab gleich erstmal den ersten Baller gekillt erstmal dreimal zweiter Leute nein hä jo und mal schauen die ich hätte das der Jakey sehen müssen digga Paul jetzt sei mal online bin ich ich schaue ihm mal kurz zu und ihr wartet mal eben jo ihr könnt immer ein Witzchen schauen was mein Bruder so treibt dieser Kämpfer hat Kämpft der Zeit nicht steht bei mir du kämpfst gar nicht also nein ich Digga ich will das nicht einsammeln was sind das für ne Menschen die versuchen wir hier zu blocken dass ich das einsammeln soll die benerven mich hallo hast du verloren so Leute da sind wir auch schon direkt on let's go stupid run so Leute hier sind wir auch schon mein Bruder nach 10 stündigen warten mal endlich on geh hin ich bin Barney ok ich mach die ok na mach das ich höll den Cube da hin pass auf nicht in den Nahkampf gehen bist du tot nein ich höll den ja hä wie bin ich gestorben du bist geh es war kein der Dynamite hat nicht auf mich geworfen offenbar schon jetzt kannst du meinen Piper oh Digga wie lost wie lost wie lost Digga man lost man Digga noch mal leise die Zuschauer hören nur noch dich Paul ja deine Beleidigung hör auf geh holen geh holen geh gar nicht zu Digga ich bin Digga am Start hast du hin jetzt weg du bist sonst nämlich tot ich werf sie da ab ich schieße ab Digga du bist ein Piper jetzt bleib doch mal weg ja aber die kann mich nicht hören Uff den Piper wird sie snipen sie doch ab das ist doch dein gefundenes Dressen für dich aufpassen er rennt da auch noch rein auf was Digga ich bin erstmal offline ist was Digga Tomke will in meiner Lobby mitspielen jetzt nur fragt ich ob ich Bock hab ja ich lade ihn gleich nein ich schreib gerade über Whatsapp mit Leute einfach nicht bar wo ist die Eltern warten da Digga der rennt den Pogo in die Arme stell dich vor mir als Barley richtig Digga das wird richtig knapp wenn wir jetzt nicht mal anfangen Leute zu killen und nicht nur ein sondern mal ein Team wir killen nicht ein Team ich bin offen ein bisschen Buggy sieht man jetzt Nummer 1 endlich ich bin auch ein bisschen Buggy Nummer 1 ist endlich tot und und ich wollte du hast immer noch nicht den Pogo abgesnipet und er geht in Nahkampf gegen den Pogo ich kill den Pogo snipe sie ab aufpassen hier ist ein Colt er kommt gleich weiß ich weg wir müssen hier sehen dass wir hier weg kommen weg 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 ich geh den Jukot wenn du das erstmal hinkriegen würdest ja stark stark aufpassen hoch nicht noch nicht noch nicht Digga ich steck im Blut ich steck da drin fest ich komm nicht mehr raus Digga ich hab meine Ult irgendwie noch hoch stark Digga ja moin Sieg ja Leute mal kurz eine Tompke einladen ja klar fünf Matches noch wir spielen Lobby Tompke ist nicht on äh da was hast du in Chat geschrieben mach bereit schreib in Chat ok maaa so let's go wieder da äh 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 erstmal offline ich hol Cubes du holst den da ich schieß zwei Cubes ab und mal sehen wenn ich Auto aime wenn ich ab schieß ich hab ich brauch einfach nur Cubes als mann ich snipe einfach vier hin wirf ab hol Cub geh hin und weg hast du nur kann ich nicht du hast doch irgendwie null nein du bist so blind schrei doch nicht so Digga ich dreh hier Video kannst du schreien anderen an ich kann ja nichts dagegen ändern wenn du so lost bist was darfst du denn da rein rauf rein rauf rein rauf Digga ich bin Barley ich hab dir alle Cubes bisher beschert ich hab mir einen selber gegönnt nur weil ich jetzt Barley besser bin als du als Piper ne Manni ich kill jetzt diesen Manni komm du bist kein Schützermann aufpassen du bist nicht Manni wo ist Manni wo ist Manni die legendäre Mami rennt weg wo ist Manni das ist dein kill das ist dein kill das hat man mal wieder komplett gesehen wie das dein kill war du wirst den ich war nicht so hart Digga den natt sich im Schlaf du bist dich vermiss ich hab ult ich hab ult hast du gar nicht wie jetzt weiter Bruder keine Lust mehr es tut mir übrigens leid noch mal kurz zur wiedergutmachung beworst das ähm äh die 13.000 hab ich geknackt hab ich auch Video aufgenommen hat sich aber gelöscht hab ich also hochgeladen aber dann bin ich irgendwie aus dem WLAN geflogen und deswegen hat sich das Video nicht hochgeladen ich hab nur zugrunde Tick hochgesuchtet ja und sonst nix nix ficklich was passiert zumindest nix spannendes schreibt doch ab stark 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 erheblich ach Digga gehen schreibt ab stark aber nicht stark genug den kill ich Mann Mann Alter jetzt Attacke der 8bit kann was das sieht man verfolg mich nicht ja Digga jetzt verpisst ich dir ich will nicht nein let's go hinterher hinterher auf 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 ja Sieg nächster ich muss ja ein Team spielen ne schau da im spiel zu let's go meister let's go wir sind es gleich power liga ist jetzt auch noch raus werde ich viel mehr videos von drehen von power liga also videos wo gar keine trophäen gemacht werden wo nur power liga gesuchtet wird holen holen snipe ab stark los da ich geh holen ich geh stark soll jetzt erst bei ihnen killen aufpassen gold kann sie vielleicht abschneiden ich komme nämlich nie niederbären ab aufpassen erst mal in nein sie kommen hilfe was macht er denn wie sinnlos hat er seine hull draus ja kein chance egal ach egal war schwer power liga zu spielen bräuchte noch irgendeinen egal let's go wir sind es gleich also die power liga ist auch noch raus wisst ihr ja werde ich aussuchten können wir euch darauf verlassen wird diesmal mehr als zutaten sonst war ich überhaupt nicht zufrieden aufpassen aufpassen ah fuck ja kann da nicht hin digga wie scheiße waren egal wenigstens quest complete ja kein zeit mehr fünf schon natürlich noch keine megabooks aber schon bisschen mal schauen ob wir noch mehr gewinne mit bo wie können wir dann auch direkt mein erstes mal power liga spielen let's go stupid run ja das hat so zu ok ich werde das nicht verengst ist klar wo das team beginnt team kapitän bürger sparen ich bin da ja nicht ich werde nicht da ich muss schon mal aus so nehmen wir wieso ich weiß schon dass ich vorhanden wenn das wenn die spielen team kapitän bürger sparen ich werde mit mani natürlich nicht rangehen gleich schauen warten ich will direkt vorrang und die ganze sache acht sekunden noch und dann gehts los let's go eigentlich hättet ihr euch das denken können dass ich jetzt natürlich noch ein video rausbringe weil ganz ehrlich ich kann ja nicht allen ernst kann man die dinger nicht zerstören aufwand ich gehe da rein du ms hat überhaupt kein leben die kille ich du bist rechts da ja lu bleibt rechts einfach drin auf passend ulti der dünner meint ma mann mann aber der lu ist rechts weiterhin in der base wir fühlen jetzt mal hoch ist ok links links lu bleibt drin lu bleibt drin lu bleibt drin lu bleibt drin stark wir bleiben rechts erstmal die base in der base wir müssen erstmal weitermachen links 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 müssen wir irgendwie sehen dass wir in die base kommen dein team hat eine hotzone eingenommen erstmal kurz mal mal gar fuck aber rechts sind wir durch mal die kamera irgendwie geändert wir holen auf ich zerstöre natürlich optimistisch gesehen mann nein 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 wir müssen rein die rennen einfach rum ja klar lost ja das haben wir gewonnen 1-0 ganz ganz sicher sogar wenn die das jetzt vergeigen diga eine sekunde ja sieg aber das war schon knapp zum ende heutiger ein kampf ein kampf gewonnen die kamera nervt voll gerade und rechts ich geh links rein lume rechts geh rechts rein ms wird wohl die hat doch gar kein leben stark direkt erstmal führung und er bleibt rechts auch erstmal ein paar sekunden drin ist gut so wir führen erstmal 36 aufpassen rein 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 in die base ganz stark wir rasieren nein rechts sind wir rein nein nein fuck rechts sind wir fast durch ja stark lu lu let's do this ja rein 1 2 sieg so erster sieg in der powerliga reiche diese saison den gold 5 kills haben wir wieder diese saison 50 matches reiche diese saison den gold rein haben wir schon lost klar müssen wir nochmal ein paar mal öfter spielen aber ich hasse frank eigentlich ja aber die anderen kämpfe gewinnen brr brr da haben wir eben 5 matches gewinnen und dann war es das eigentlich auch schon diese episode let's go als sieg nummer 1 noch 4 matches zweiter sieg eine halbe ewigkeit mal wieder etwas verraten index dr 82 m ganz Vielen Dank. Vielen Dank. Direkt wieder selber. Und let's go. Digga, dann haben wir schon 6, 7, glaube ich sogar, Belohnungen. Das wäre natürlich mega nice. Nein. 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 Digga, er macht fast eine Eigentur, was ja Gott sei Dank nichts mehr gibt. Lass ihn da doch. Fuck. Digga. Gegen 3. 3 gegen 2 Situation. Stark. Auch wenn er uns zweimal Obst genommen hat. Lauf. Die halten sich auf. Nein. 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 Hin. Lauf. 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 Ja, ja. Rennt mit dem Ball weg. Mann. Alter. Jetzt los. Nimm den Ball wieder. Er läuft wieder nicht. Lauf. Lauf. Digga, Mann. Was habe ich wie eine Teampage? Wie soll man... Wie soll man da was machen? Ehrlich. Ja. Jetzt bin ich auch noch tot. Mann. Alter. Das hätte das 1-1 sein müssen. Mann. Hin. Ja, jetzt kriegen wir 2-0. Mann. Alter. Ich kann kotzen. Überhaupt nicht. Weil das... Nein. Keine Lust jetzt. Spielen. 13.921. Bald haben wir es. Komm jetzt diesen Behinderten. Sieg doch noch. So. So. Jetzt aber. Los. Gehen. Mann. Jetzt oder nie. Wir haben wenigstens einen Offline-Ballet. Den wir noch nicht mal hops kriegen. Nicht mal so gut sind wir. Digga. Mann. Und die rennen durch, Digga. Ich könnte kotzen. Als würde der Dynamik die irgendwie aufhalten können. Los hin. Er zerstündet seine Bombe und zerstört alles. Das muss der Karl gegen 2 Werfer richten. Und er rennt durch. Ich sag dir jetzt gar nichts mehr zu meinem Partner ehrlich. Letzte. Warum kann er... Warum geht er in den Nahkampf? Das sind nur Werfer, Mann. Anstatt mal Ul drauf zu hauen und die beide zu killen. Nein. Mann, Digga. Aber mein Team-Patch können einfach nichts. Guck dir das mal an, Digga. Schieß doch! Ja, wir haben verloren. Ja, Mann. Alle Partner. Zurecken erstmal gegen die Hund. Ja, das Ding ist durch. Digga, ich krieg's auch nicht weg. Ja. Schlecht auch von mir. Ja, der zerstört auch noch unser eigenes Tor komplett Digga. Dann ist... Mal schauen, kurz Blöder wechseln. So wird das ja nie was. Wen haben wir denn überhaupt noch mit dem wir ansatzweise können? Rico, let's go. Let's go. Let's go. Let's match vielleicht. Wer weiß. 25 Minuten geht dieses Video. Ich brauche ewig, um mein Leben für mich zu machen. Ja, jetzt aber das 1-0 direkt. Ich spiel dir den Ball. Ich spiel doch. Du musst nur laufen. Lauf mit dem Ball verdammt nochmal ins Tor. Wenn die den jetzt nicht... Ich sag dir jetzt gar nichts mehr zu, weil das ist einfach lost. Das kann man nicht anders binden. Digga, jetzt kriegen wir wahrscheinlich vorne dicht. Die sind einfach in der Offensivale viel stärker, aber kriegen wir nie das Tor hin. Ja, als würden wir es jetzt... Digga, was ist bisher für einen Pass? Mann, nimm ihn doch. Ich hab doch auch kein Leben. Wir sind eigentlich klare Underdog. Jetzt oder nie, Mann. Jetzt aber guck dir das an. So macht man. Tor, endlich. Genug... Genug... Genug gemotzt. Wahrscheinlich muss ich so lange motzen, dann krieg ich schon irgendwann mein Tor. Hin, hin, hin. Ja! Und jetzt, los! Nein, nein! Statt, dass er losläuft... Oh Gott, sind wir los. Wir müssen das irgendwie eine Minute noch aushalten. Hier kann ich nicht draufhauen. Ach, sinnlose Ult. Äh, Colt, Kutz, Hobsen, Emelie, stark. Lass den Ball da am besten liegen. Wir verteidigen. Gehen einfach nicht in den Erkrank. Und doodeln das so ein bisschen über die Zeit, Mann. Ja, der... Digga, wer kriegt... Die sind aber auch lost, meine Partner. Jetzt kriegen wir ihn. Kill. Wichtig. Ganz wichtig jetzt. Uff, was ist da denn los gewesen? Jetzt noch mal ein Quest abgeschlossen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Endlich. Seht euch noch mal. Sechste, fast die siebte. Also... Läuft. Ich weiß, ich möchte es auch gerne öffnen. Soll ich einfach... Eigentlich ist es schade. Sollte... Sollte... Drei große...